Es ist eine Frage des Überlebens. Wenn den Ukrainern weiter die Geschosse ausgehen, aus dem Westen zu wenig Munition kommt, dann ist die Frontlinie im Osten so nicht zu halten. Dann werden weitere Städte fallen. Wir sind hier in einer Artillerie-Position mitten im Wald. Alles verschneit natürlich und die ist versteckt, ungefähr 9 Kilometer von den Russen entfernt. Das große Problem der Ukrainer hier ist, sie haben kaum noch Munition, um zu schießen. So absurd es in einem Krieg gegen einen übermächtigen Gegner klingt, die Männer müssen sparsam mit ihrer Munition umgehen. An einigen Tagen können sie gerade mal ein, zwei Schuss abfeuern. Dazwischen verstecken sie sich in selbstgegrabenen Bunkern und Schützengräben, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Diese Einheit hier wartet dringend auf Nachschub. Es sind Geschosse wie diese, die ein weiteres Vorrücken der Russen aufhalten sollen. Ich habe eine ganz klare Botschaft an den Westen. Bitte helfen Sie uns, unser Land zu befreien. Eine Botschaft für die Russen hat er auch, schreibt Grüße auf eines der letzten Geschosse. Die leeren Munitionskisten stehen symbolisch für die Probleme, die die ukrainische Armee momentan hat. Alle Soldaten sagen uns, wenn sie mehr Munition hätten, könnten sie sich besser wehren gegen die russischen Landgewinne. Denn die Russen machen gerade hier in diesem Gebiet jeden Tag immer ein paar Meter Gewinn. Im Kampf David gegen Goliath harren in dieser Stellung neun Männer Tag und Nacht aus. Das zum Teil seit vielen Monaten. Der Krieg gegen Russland, er hat deutliche Spuren hinterlassen. Auch an den Gesichtern der Soldaten hier. Auf Sorge vor russischen Drohnen, die nach Stellung wie dieser suchen, setzen wir unser Gespräch in einem der Bunker fort. Es ist stickig, dunkel und eng, aber auch warm. Der einzige Komfort für diese Soldaten. Bei dampfendem Kaffee reden wir über ihre Familien und Kinder, die sie seit Kriegsbeginn nicht mehr gesehen haben. Nur gelegentlich halten sie den Kontakt über Starlink, das Satelliteninternet von Elon Musk. Eine Mobilmachung, sagen sie, endlich an der Front abgelöst zu werden, das wünschte man sich. Und so verabschieden wir uns. Auch bei ihrem Hund Lucky, ein Glücksbringer, der ihnen zugelaufen ist. Schließlich müssen wir los, riet man uns. Zu groß ist die Gefahr durch russische Drohnen oder Artilleriebeschuss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017